ein bisschen verkaufen warum aber ich glaube ich habe dann ist es nicht in diesem screen karte es ist voll nicht südöstlich das genau gemacht hier ist das ding und das ist genau im süden man muss im südöstlich angehen aber da muss man wieder keine ahnung was hier ist nicht nur zu sehr südöstlich geh einfach hin und schweig eigentlich genau im süden Big Ass Bomber streamst du eigentlich noch? ja klar ja oh ist mir gar nicht aufgefallen braucht man keinen abhänger oder springen natürlich du wolltest das spiel jetzt offscreen weiter durchspielen die bombe ist weg er hat mich 100 ruine gekostet die ist gerade explodiert vorhin hast du es nicht gemerkt als du hochgelaufen bist? die ist explodiert nachdem du zu weit weg warst ja nur nicht bei mir hat er gesagt leg sie mal bei ihm vielleicht können wir ich kann auch nicht rennen mit der bombe jetzt ich kann auch nicht rennen mit der bombe jetzt weil damit A leg mal die bombe greifen ja kann ich doch eigentlich gar nicht die Hämmer hier tun wir gleich nochmal haben im auch nicht die andere Taste Loll 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 Und dann legen wir die Brombe hier. Aber bevor ich da lang gehe, gehe ich erstmal noch woanders lang, was ich gerade gesehen habe. Wie kommt man da hin? Keine Ahnung. Dann gehe ich hier rein. Die kommen dann so wunderschöne Fee gleich, aber ich werfe erstmal was rein. Und zwar mein Schwert. Na mein Schwert, ich glaube eine wunderschöne Fee. Eine wunderschöne fette Fee. Kriegst du jetzt das goldene Schwert? Yeah. Awesome. Und so. Und jetzt noch den Bogen. Ich werfe etwas Bogen. Fette Fee. Fette Fee. Okay. Und dann kriege ich mal eine schöne Silberpfeile. Die braucht man. Ähm. Bam. Und dann machen wir mal Garnatot. Würde ich sagen. Ausnahmsweise. Ja, ich war ja voll dabei. Dann kann ich vorher einfach gleich wieder laden. Dann habe ich die ganzen Fee und so. Und so. So. Und runter. Ich habe jetzt schon einen Treffer gemacht bevor er überhaupt geredet hat. Äh. Das ist so schlimm. Denke ich. Oh yeah. Oh yeah. Kurz schönen Treffer. Ne. Ne. Jetzt kriege ich schönen Treffer. Ehhh. Oh nein. Ich bin einmal tot. Nein. Hast du euch schon angefangen mit Streamen? Nein. Okay. Ach so. Ach so. Wenn der gleich weiß was er machen muss. Also er hat auch noch nie. Wie sonst auch immer. Weil ich immer so einen Plan habe. Sonst ne halt ein anderer Streams auch. Ja sowieso. Das machst du immer. Ich weiß immer genau was ich machen muss. Hm. Ich wusste doch dass ich cool bin. Tja. Ha. Ha ha. Wie witzig. Hm. Ich sterbe vielleicht wieder. Ich bin tot. Aha. Nein. Und bis jetzt durch. Ja ich bin tot. Das ist dann schon mal Game over und ich muss das ganze Spiel nochmal durchspielen. Das ganze Spiel. Also etwa einmal. Mit Soße. Sind wir bei dem Thema. Hm. Nein das ist so dunkel. Dunkel. STA Auchl hm. weil ich dann in der umruf und EU die Hälfte Kieb Auerwehrdruck nur ein Schwarz was machst du da eigentlich weil ich in der Hand Ocarina of Time hätte sich vollgehalten Krass. Aha. Hey! Der Wilberfahrt hat dich voll getroffen. Mist, jetzt hab ich gleich keine Magie mehr. Bin ich am Arsch. Wie soll man den so schnell mit den Silberfallteifen? Ja, ich hab keine Magie mehr. Okay. Reset. Lame. War das grad Vlad? Was? Das war doch grad Vlad. Er ist kein Vampir. Stimmt. Der Wolf. Nooooooo, es ist ein Snack. Badgeat, 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 badgeat. Fein. 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 Reunland falls. Insierung. Enzarem. Ehm, 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 Ehm... ...Warr podrn. Ah... Ehm, 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 Ehm... Tshupalon tshupalon. Ganz ruhig! Ist das eigentlich der Endboss? Nein! Garnon ist nicht der Endboss, nein! Garnon ist nicht der Endboss, nein! Gernendorf ist der Endboss, klar! Eben, wird sich gleich nochmal zurückverwandeln! Ja, ja! Er verwendet sich in Gennon, oder? Ich weiß auch genau, wie Gennendorf aussieht bei A Link to the Past. Ja. Ja. Boah, jetzt geht ja mal nix im Chat. Ah ne, ich hab noch nicht nach unten gescrollt. Echt voll nix im Chat! Guck mal, Kiro verleidigt sich alle. Boah, Alter, die schreiben ja schon seit Jahren nix! Da muss ich mich nicht vertreffen, Alter, das ist was. Und was geht? Kuchen! Mit Soße? Weiß nicht, wie auch man treffen muss. Ohhhh! Ohhhh! 570 KB! Sek! Ah, jetzt licht schon wieder aus! Ich hab mit Fackel! Da braucht nicht so viel! Und dort einmal! Ah! Ah! Garnons Oma ist der Endboss! Genau, Kirak, so ist es! Ja, ist doch so! Das ist dumme Feuer! Ja, Feuer hat auch eine Existenzberechtigung, ja? Nein! Okay! Jep, noch ein Treffer! Brauchste! Und... Habe ich noch eine Fee überhaupt? Ja, eine noch! Schon schlecht! Und Britsch, wie wärs wenn du das das nächste Mal machst? Lohnt sich voll, oder? Lohnt sich voll, oder? Wer weiß! Oh, letzte Fehl! Oh, letzte Fehl! Je nachdem, wie gut du den jetzt tot kriegst! Nicht gut! Meine letzte Fehl! Bitch! Oh! Was ist hier irgendwie um? Ich habe mich voll getroffen! Oh! Oh, Mann! Okay, noch drei Teile habe ich jetzt schon! Wie viele Teile will der da haben? Fühlte sich hier wie froh! Oberal Bruce Lee, oder was? Nein, die Rambo! Okay, er ist tot! Oh, das war knapp! Das war mein letzter... Letztes Mal Feuer anzünden habe ich jetzt! Yeah! Bitch! Wo kommt die Tür hin? Und du spielst durch! Hooray! 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 Yay! Sei willkommen, Brot! Hä? Warum sei willkommen? Brot! Brot! Nein! Ehh! So und jetzt? Und jetzt? Machen wir noch was! Oder wie? Oder nicht? Oder doch? Oder gestern? Nach den Credits? Oder sieben! Nach den Credits? Ich soll mich aufhängen! Kannst du nicht? Wollen wir... Ja! 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 Machen wir! Ja! 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 puedo!!! Ja! Es funktioniert! Ja. Es ist fertig! Aja ja! Vielen Dank.